So, ich will ein bisschen umbauen. So. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 So. So. Also hier will ich den Traktoparkplatz hinsetzen. Und den das Gebäude auf jeden Fall erweitern. So. 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 Aua. Gate. Gate. Ja. Das passt. So. 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 Und wieder zurückfahren. So. 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 Wie viel stellst du her. Aber es läuft zumindest. So. 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 Oh, nice. Was meinst du mit andersrum gestellt? Was meinst du mit andersrum? 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 Oh ja, hat ich auch undornt. Oh ja, hat ich auch undornt. Was meinst du mit andersrum? 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 Was meinst du mit. Was meinst du mit andersrum? A moment can live on forever So So I I I I I I Das war's für heute. Und hast du schon ein Ziel für was du jetzt weitermachst in Foundry? Bis zum nächsten Mal. 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 Okay, also Parkplatz bauen. Und dann oben Feld anlegen. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Würde mich mal interessieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Brot. Brot. So, wie sieht das denn von oben aus? Okay. Hier geht man dann rüber. Ja. So, wie sieht das denn von oben aus? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Okay, das klappt nicht und... Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Timber! 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 Das war's für heute. 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 So, so weiter geht's. Aber ich soll mal meine Sachen. reparieren. Das war's für heute. Okay, okay. Gucken wir noch mal eben. Kalkbrennen. Das war's für heute. Okay, okay. 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 Okay, whatever. Okay, okay, okay. bei den hammer wollte ich mal angucken was ich da herstellen kann und ja da 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 okay Okay. Das wird, glaube ich, noch ein wenig stressig hier alles. So, und wir müssen uns eigentlich irgendwann nochmal ein Äquadukt angucken, weil das würde ich mir auch nochmal gerne ansehen. Also, ob sich da was geändert hat. Okay, hier geht's rein. Okay. Verdammt. Okay. 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 So, hey. Und wir kriegen ein bisschen Lehm, das hat auch echt Vorteile. Aber langsam. Komme ich da rein? Nice. Okay, das wird die Mauer sein. Okay. 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 wir reißen das hier alles weg und dann gucken wir einfach mal dann haben wir zwei mit einem stein erledigt das ist alles lehm schadet nicht aber ich sollte noch mal schlafen gehen schlafen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Damit haben wir gleich das Gebiet hier freigelegt Das ist mega angenehm Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, dann bauen wir das da eben mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Cool. So, und dann geht das dann hier weiter. Cool. Cool. Okay. Hm. Mmh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, schon wieder zu hungrig ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, der Hammer ist fertig. Den will ich mir straight an mal angucken. Oh, der Hammer ist fertig. Das sieht echt nice aus. Alter Schwede. Okay. 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 Das war's. 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 Schade, die stehen hier nicht. Kicken wir hier noch rein. Hier ist es nicht drin, oh mein Gott. 4x4 geht doch noch. Also könnte man doch hier entspannt hier ein hin und hier ein hin. Dann ist was angeschlossen an den Traktor. Ich dachte mir wir parken den hier und dann kann man zugreifen auf die Silos. Mal kicken, also ist hier noch alles Planung. Das ist nicht drin. Das ist nicht drin. Das war's für heute. Das war's für heute. Also die ist ja nicht gezwungen zu zocken. Das war's für heute. Äh, ne. Also bis jetzt noch nicht, glaube ich. Weiß ich nicht. Und creepiges Bett. Und wie war dein Tag heute so? Das war's für heute. Das war's für heute. Hört sich sehr entspannt an, muss ich sagen. Äh, warte. Äh, sehr gut soweit. Äh, äh, ich bin auch erst um zwölf aufgestanden oder so. Ähm, war dann im Motorrad unterwegs, weil bei uns sind's heute irgendwie ganz plötzlich 25 Grad gewesen. Ach, das war's für heute. Ach, das war so geil. Schön 100 Kilometer runtergerissen, an den See gefahren, wieder hierher und kurz bei meinen Eltern Kaffee getrunken. Und dann... Hier direkt reingestartet. Also mega entspannt. Ja, also voll das geile Wetter für draußen. Ja, also konnte... Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Das, was ein bisschen blöd war, war, ähm, dass ich halt nicht so schnell fahren kann. Ich bin die ganze Zeit mit 80 bis 100 rumgefahren. War also echt tiefenentspannt und hab'n Podcast gehört. Und... Es ist echt krass, wie ich das vermisst hab' mit dem Motorrad durch die Gegend zu fahren. Also... Richtig, richtig geil. Ja, auf jeden Fall. Das einzige, was ein bisschen nervig war, war, ähm, dass natürlich in der Wohnung maximal warm ist. Oder war, dass ich dann wieder die Klimaanlage anschließen musste und... ...mein Schlafzimmer runterkühlen musste. Das ist immer... ...nervig, aber... ...immer noch besser als bei... ...26 Grad da drinnen zu... ...pennen, ohne dass... ...ich lüften kann. Also... Okay, das ist ja mal maximal nervig. Das ist ja mal. Jörg habe mich. Es geht mir. 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 bei uns steht auch super wetter an es soll bis nächste woche samstag durchgängig regnen also das ist doch auch schön und ja ich habe mir auch weil die wohnung sich immer so aufgeheizt hat die alte habe ich mir dann auch eine klimaanlage gekauft aber das ist leider nur so gesehen eine kleine klimaanlage ich glaube ich muss da irgendwann nochmal eine große kaufen weil die schafft es kaum die wohnung richtig runter zu kühlen ja darauf habe ich auch richtig gespart die hat 400 400 oder 500 euro gekostet und ich kann es nur empfehlen das einzige was ich gucken würde wäre dass man noch ein bisschen mehr geld ausgibt also zukunftsorientiert und sich eine etwas größere kauft die dann auch eine zukünftige wohnung äh kühlen kann und äh gucken wie man den äh lüftungsausgang richtig abdichten kann das äh hat oder funktioniert jetzt in meiner neuen wohnung nicht so gut in der alten wohnung hatte ich eine holzplatte die ich einfach ins fenster rein klemmen konnte und dadurch ähm hat die die warme luft aus der wohnung direkt genommen und nicht irgendwo noch gegen luft gezogen und es war halt perfekt abgedichtet jetzt in der neuen wohnung die fenster sind viel zu groß da will ich nochmal gucken ob ich das irgendwie anders machen kann jetzt in dem wohnung die Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, ich hatte ja neu gestartet. Okay, fresh. Okay. 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 Das war's für heute. Oh. Gibt es noch was, was wir unbedingt anbauen sollten? Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er ist schon wieder dunkel Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ölforschung geht nicht, Verbundes Holzstoff geht auch noch nicht Obwohl, Ölbohrung geht Untertitelung des ZDF, 2020 Was braucht ihr denn? Stufe 2 Ja, ich brauche aber Mechanik mehr Okay, dann würde ich eben ein Okay, den Aufzug kann ich später Okay, oh Gott Okay, oh Gott Um, crash jogos geht auch schonen Okay, genau hier, kann man esetzen kann? Und okay, ich nehme mich Das war's für heute. Das war's für heute. Das steht hier irgendwas. Das ist 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 hier irgendwas. Okay. 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 So. Eigentlich könnte man... Ah ne da brauche ich Brandkalk für. Okay. Okay. So. Und dann penne ich noch ne Runde. So. Habe ich hier irgendwo Zugriff? Oh ja. Okay. Können eigentlich auch noch einen Lastwagen herstellen. Okay. 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 Wir sind jetzt bei... Sechs. Sechs. Okay. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So 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 Alter sind hier viele Pilze So 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 Dann guck ich einmal eben was ich brauch Ach, ich glaube Leder für den Lastwagen. Oh, eben Werkzeug reparieren. Verdammt. Ach, ich glaube Leder. Ach, ich glaube. 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 Ach, ich através... Untertitelung des ZDF, 2020 So nicht viel, ich versuche hier gerade in Echo möchte ich hier jetzt eine Stromversorgung anbauen, deswegen habe ich auch die Pfosten hier hergelegt und am sinnvollsten ist es wohl, wenn man da noch Bäume und so weiter drum herum pflanzt, also ist das jetzt nicht so gut. Jetzt ist der Plan da eine Plattform zu bauen, wo ich Bäume platziere und dann kommt die Dampfmaschine dahin. Und sonst bin ich heute entspannt Motorrad gefahren, das hat richtig Laune gemacht. Jetzt wird es die nächsten Tage regnen, also gibt es dann erstmal Temperaturen. Jetzt wird es dann noch ein bisschen Turin. Jetzt wird es dann noch ein bisschen Turin. Dann wird es dann noch ein bisschen Turin. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Vielen Dank. So. Von dem Spiel hier, ah, das ist ein bisschen älter, also der Grafikstil ist ganz nice, den mag ich auch. Aber ja, das, zwischenzeitlich sieht das irgendwie ein bisschen Bonbon mäßig aus. So, das ist... Ja, ne? Was ich aber an dem Spiel cool finde, ist halt wirklich, dass du hier so einen Planeten hast, den du komplett bereisen kannst und man sieht halt dann auch die Krümmung von dem Planeten. Das finde ich cool. Ja. 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 Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. 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 Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, 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 ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, 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 ich bin froh. 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 Okay, wir brauchen noch eins. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Dann haben wir jetzt auch noch ein extra Leder. Dann sollte das passen. Das war's nicht wirklich. Das war's nicht so. Die Einladung ist nicht so wichtig. Jetzt bleibt das nicht so, dass die Einladung im Mitleisch-Verk-Verk-Verk-Verk-Verk-Verk. Das war's nicht so wichtig. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. So, vier Eisenrohre. So, was braucht ihr denn noch? Eisenrohre, tragbarer Dampfgenerator. Oh mein Gott. Okay. 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 So, was fehlte denn jetzt noch für den Tragbaren? Oh, okay. Okay. Zwei. So. Und dann holen wir noch Bellholtz. Warum wird das denn löft? Komm ich irgendwie am Bauholz ran? Zehn. Reicht das? Und auch Eisenrohre. Ja. 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 30 hinten. Die details sind sehr Herrlich. Wir perdre werden 많은 Arsch. Ja. Verstehen. Ich habe das kein Lärench. Das Hel alto. Ich habe die CCS-Fern. Dann würde ich nochmal eben eine ganz fixe Pause machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Zwei. Zwei. Bis zum nächsten Mal. Dampf. Dampf. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich bin gerade am überlegen, wie ich das am besten umsetze. Hm. Amen. 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 Alle. Nein. Ja. De Drappt habe werden. Dann, dein Fotoぐらい aus. Deine Hana. Deine Ari. Deine refineabel. Ja. Deine Jana. Okay. Untertitelung ab 20.04.2021 Amen. Oh. 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 Das war's. Das war's. So. 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 Oh. So. 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 Ah, pfff. Shhh. Können wir hier ein bisschen durchtauschen? Oh ja. 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 So. Also hier kommt dann die Röhren lang. Oh ja. Und die könnten wir mal eben fix noch anstellen. Hier fehlt übrigens irgendwie sowas wie ein Fahrrad. Oh ja. 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 So und dann kann man da noch gucken ob man da noch ein kleines Lager müsste eigentlich funktionieren. Okay, guck mal wenn wir dann hier ans Ende in 4er auf jeden das passt. Jetzt bin ich noch am überlegen ob ich... Schwa den Dingenskirchen... Ach wie kann man es nennen? Ah, Landwirtschaft, genau. Hahaha. So. 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 Träumen wir noch mal eben, tapp ich, ne halte ich, wie sieht es hier oben aus? Wir können gerne fahren. Nice. Oh, don't go, don't go. Oh, 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 don't go. So, dann bauen wir da mal Wasseranschluss. Oh, don't go. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, holen wir noch mal Röhren. Das war's für heute. Das war's für heute. So, damit sollte ich genügt haben. Dann werde ich mal eine Runde pennen, um die Bäume wachsen zu lassen. Mal gucken, ob die hier auch transportieren. Das war's für heute. 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 So. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ja, dann morgen wieder Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020